Als die Separatisten-Invasion auf Kashik die Republik überrumpelte, wurde eine Abteilung der 501. entsandt, um das Blutvergießen aufzuhalten, bis Verstärkung eintreffen konnte. Es war ein klassisches Selbstmordkommando. Als wir unseren Weg in die Atmosphäre von Kashik kämpften, dachten die meisten von uns, wir würden den Planeten nur in einem Leichensack verlassen.